Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Industrial Modpack hier unten in den Medien, wo ich noch ein bisschen schaue, dass ich vielleicht was sinnvolles finde, was ich brauchen kann. Ach komm, scheiß doch. So, und um unsere Abenteuer hier unten ein bisschen sinnvoller zu gestalten. Moment, jetzt habe ich das Thema vergessen, das ich eigentlich ansprechen wollte. Moment, ich brauche kurz meinen Team-Blog-Zettel, Handy besser gesagt. Was nehme ich denn? Das da wollte ich glaube ich. Was mir die letzte Zeit immer wieder aufgefallen ist, das lag vielleicht auch daran, dass von dem Spiel gerade wieder ein Add on rausgekommen ist. Ich spreche vom Spiel WoW World of Warcraft. Ja, vielleicht sind ein paar von euch die das spielen, denn ihr müsst mir nämlich folgendes eigentlich erklären. Warum spielt ihr dieses Spiel? Also, jetzt hier keine Anklage oder so, aber ich habe nie wirklich verstanden, was so faszinierend an dem Spiel ist. Also ich habe es mal angespielt, es gibt ja, oder ich weiß ja auch, ob es immer noch gibt. Wie ist diese 10 Tage Testversion. Mal reingeguckt und ja, es ist ein Spiel. Ne, ich konnte, also wirklich hat es nicht gefesselt, also vielleicht bin ich nicht der Typ dafür, aber es gibt ja Leute, die spielen jetzt etliche Stunden, ziehen x Charaktere hoch, ähm, spielen jedes neue Add-on. Gut, mit dem Add-on kann ich es nochmal wieder verstehen, da kommt ein neuer Content hinzu, ähm, aber trotzdem, die Leute stecken Unmengen von Stunden in dieses Spiel. Und ich verstehe nicht wieso. Ich verstehe die Faszination WoW nicht. Äh, vielleicht kann man das nicht einmal erklären, weil, vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich nicht der Typ bin, der, ähm, so ein Spiel gerne spielt. Muss ja auch generell. Oh, das ist ein Direct, das kann ich auch nicht rein klopfen. Gut, vielleicht, naja, vielleicht bin ich auch generell nicht der MMO-Typ. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch verschiedene MMOs ausprobiert, ähm, ich, keins konnte mich wirklich begeistern. Ich finde immer bei MMOs, ah, ich weiß nicht, die fühlen sich, meine Begriffe immer so, ich, für Gott, wie beschreibe ich das? Ähm, ich finde es immer überladen, irgendwie. Du hast, ich, hast immer diese riesige Leiste unten, wo du 10.000 Skills anwenden kannst, und ich finde das zu viel. Braucht es das wirklich? Ich weiß es nicht. Also, gut, ich habe immer nur so bis an Anfang gespielt, ich probiere es immer mal wieder so in der MMO aus, aber ist keins dabei, dass mich, wo ich sagen würde, ja, spiele ich weiter als den Anfang. Ähm, ach komm, ich packe mal alles rein. Und ich habe ja auch den ganzen Kleinscheiß hier noch dabei gehabt, guck mal, dass mein Inventar so vermüllt war. Ähm, oh, die Stone Home hätte ich ja auch zum Beispiel ablehnen können. Ähm, ja, was ich vielleicht mal länger gespielt habe, aber vielleicht lag es so ein bisschen daran, weil ich es ähm, mit Leuten zusammengespielt habe, vielleicht ist es auch generell, dass ihr was in der MMO ausmacht. Weiß ja, Multiplayer ist, ne, steckt ja im Namen. Ähm, kann ich das kurz reparieren? Ah, Bronze, Copper. Ähm, Mensch, ich ziehe gleich weiter. Ähm, ist das Kupfer hier? Ist das Kupfer hier? Ja. Ich ziehe jetzt aber zwei, ich weiß jetzt nicht, ob eins reicht. Kannst du wieder... Ups, so. So. Ach komm, ich habe hier irgendwie einen Kupfer, da kann man auch ein zweites verwenden, um es ganz hoch zu heilen. Ähm, Moment, ich brauche vielleicht noch ein bisschen Strom. Sicherheitshalber. Äh, hier. Ähm, was habe ich gesagt? Genau, ich habe einen MMO, Terror hieß es, ähm, habe ich mal ein bisschen länger gespielt gehabt, aber wie gesagt, habe ich doch ja mit anderen gespielt, aber allein würde mir, na gut, ja gut, ja gut, allein würde mir die Motivation finden. Ich glaube, es wird wahrscheinlich dann fehlen zu gehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht spielt man einen MMO. Ja gut, einen MMO spielt man immer nicht allein. Das widerspricht so ziemlich der Division eines MMOs, weil, naja, Multiplayer und so, ne? Vielleicht mache ich was falsch. Ich habe keine Ahnung. Das... Aber selbst das, also... Ich muss auch sagen, dass Terra ein bisschen andere Mechanik hat. Ich empfand das nicht so, als ob es da, ähm, so überladen war, wie es bei anderen so ausschaut, sage ich jetzt mal. Mit einer kilometerlangen Leiste untendran. Ähm, so, ja. Erklärt es mir. Warum WoW? Warum? Oder generell MMOs. Vielleicht ist das ja hier ein generelleres, ähm, Ding, was ich nicht verstehen kann. Also, falls ich sowas gespielt habe, oder... Ähm, oder ein anderes MMO. Muss ja jetzt nicht wie OB sein. Es ist ja bloß, äh, das, äh... Das MMO. Ne, sag ich jetzt mal. Das erste große, das sich ewig hält, ewig gehalten hat. Ähm, ja. Tell me if you know more than me. Weil ich, äh, habe keine Ahnung. So, ähm, das heißt, wir gehen hier wieder rein. Irgendwo müsste es doch jemand wieder Damanten. Vielleicht gibt's auch Damanten. Man weiß es nicht. Diamanten wär mir aber lieber. Anderes Thema. Ähm, ich war ja jetzt auf Gamescom und dann noch mal zwei Wochen mehr weg. Ähm, dann hatte ich noch meinen Laptop dabei zum Zocken. Das heißt, ich war ein bisschen beschränkt, was ich spielen kann. Weil, ähm, mein Laptop ist so, ich würde sagen, ist nicht schlecht, aber ist jetzt nicht, äh, die Gaming-Maschine. So, das nennt ich nämlich natürlich mit. Ähm, das heißt mir auch. Und da habe ich einfach wieder mal, ähm, GTA San Andreas angefangen. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob es auch, ob es auch andere, also ob ihr auch ab und zu mal so Lust habt, einfach mal so ein, wie das alte Spiel auszupacken. Gut, alles natürlich immer relativ. Je nachdem, wie alt man selber ist, hat man, äh, dann ein ganz anderes Empfinden, was ein altes Spiel ist. GTA San Andreas ist jetzt auch. Gut, das ist jetzt nicht so alt. Ist ja auch von 2005, glaube ich. Ungefähr. Ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. Ähm. Ja, ich spiele es einfach gerne. Es erinnert mich immer an, an den einen Sommer, an dem ich das, äh, ziemlich intensiv gespielt habe. Ähm. Da muss ich dann eigentlich jedes Mal denken, wenn ich das spiele. Und, äh, ich spiele auch gerne ab und zu mal wieder Gothic, was ja auch jetzt nicht wirklich jung ist. Warte mal, das kommt 2001 raus. Oder Gothic 2. Das kommt, glaube ich, ein Jahr oder zwei später raus. Ähm. Oder was ich auch immer mal wieder gerne spiele, sind die, ähm... Zelda-Teile auf dem, äh, äh, vom N64, also, äh, Ocarina of Time, beziehungsweise... Das war eher ab und zu auch mal wieder mit Jurassic Mask, wobei ich das natürlich jetzt auch, äh, mal wieder gezockt habe, weil es, okay, das ist aber auch schon wieder zwei Jahre, äh, äh, weil es auch die 3DS-Version rauskam. Und es da noch ein bisschen aufgehübscht, beziehungsweise auch mit ein paar Komfort-Funktionen versehen wurde, sag ich jetzt mal. Also so ein bisschen modernisiert an die aktuelle Spieler-Generation, sag ich jetzt mal. Ähm. Aber trotzdem. Spiele ich trotzdem aber gerne. Ich packe sie immer wieder aus und, äh, hol das mir egal. Ich frage mich, naja, macht ihr das auch gerne? Hol dir mal wieder so ein altes Spiel aus, äh, aus dem Schrank? Keine Ahnung. Ist das erste Diablo oder so? Oder ich... Was gibt's noch so für alte Spiele, die man mal immer wieder rauspacken könnte? Ich weiß es nicht. Schreibt's in die Kommentare, was, was ihr immer wieder gerne mal rausholt und spielt. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich immer noch keinen einzigen Diamanten gefunden habe. Muss jetzt auch noch in die Tiefe gehen, aber das ist nicht immer so auffällig. Also ich, ich hab mal, ähm, auf dem Server wirklich Hardcore-Mining unten in der Mine betrieben. Da hab ich mehrere Ebenen gehabt, die ich alle abgegrast hab mit Strip-Mining. Also das war, da hab ich Strip-Mining, äh, in Perfektion eigentlich betrieben. So, ich schau jetzt noch einen Eingang weiter und dann, wenn das nichts wird, dann... Muss ich es leider doch lassen. Das ist ein bisschen traurig, aber... Oh, Lapis, halt. Oh, ich hab' schon vorher schon drauf, ne? Ja. Ich fiel aber... Das... Kleine Befehle macht auch Mist. So, ich bin schon wieder voll. Kann es... Warte, dann entlade ich nochmal und mach' den, mach' die beiden Dinge hier noch fertig. Kann nicht sein, dass ich da voll bin. So, ich hab' auch schon einen riesen Weg hinter mir zurückgelegt. So, ich hab' demnächst mal wieder was zum Essen machen. Das ist mal die Küche verantworten von Poms-Haus-Kraft, also ne, beziehungsweise irgendwo blockiert. Es ist halt super genial. Ja, ich weiß, wann es gelernt ist, es interessiert mich aber nicht. Ui! Boing! 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 Hier rein, hier runter. Kurznächtigen. Und das ganze Zeug loswerden. Oh, aber halt, weil das Eis natürlich eigentlich gleich nehmen können. Iron. Ähm, und hier reinschmeißen. Weil das dann doch sehr akut ist, dass ich brauche. Ähm, Moment. Ups. Und was ich noch mitnehmen wollte, ist, ähm, ich mitnehme aber, ich will das nochmal reparieren, nämlich mein Hammer. Okay. Warte ansonsten, was passt. Okay. Dann könnte ich jetzt endlich nochmal die letzte Mining-Tour machen. Und schauen, dass ich vielleicht nochmal, ne, jemanden da rausbekomme. Das gibt's doch nicht. Ui! Plöpp. Ich bräuchte's halt eigentlich. Oh Gott. Na, 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 na. Na gut. Von mir erst. Ah, nein. Ich bin vergiftet. Na gut, passiert. Ähm, ja. Genau. Äh, ja. Das Thema, glaub ich, glaub ich, glaub ich, glaub ich, glaub's Thema war beendet, oder? Ich hab ich... Oder war das noch... Ne, glaub ich, erst mein Thema war nicht beendet, 2,5x. Oh, noch mehr Nickel. Noch mehr Nickel. Noch mehr Nickel. Noch mehr Kohle. Oh, Gold. Gold ist natürlich, äh, sehr gut. Ähm, Mensch. Das ist natürlich sehr gerne mit, das Nickel, wenn es hier schon angeboten wird. Okay, nämlich auch gleich. So. Ähm. Blubblub. Geh mal vielleicht noch 1, 2 rein, hinter. Ah, in der Hoffnung noch irgendwas zu finden. Nein, ich finde nichts. Okay, dann gehen wir noch in die andere Richtung. Was muss... Es muss eigentlich jetzt mal irgendwo jemanden kommen. Äh. Oh. Warte mal, ich hab den Gang vergessen. Ja, wie konnte das denn passieren? Jetzt werde ich aber nachlässig hier, ne? So. Also, vielleicht noch was anderes. Ähm. Die Schule hat wieder begonnen. Ähm. Muss erst noch mal gucken, wann ich vielleicht mal wieder Zeit finde, zu streamen. Oder wie ich jetzt mit dem Stream mache. Ich muss erst mal ein bisschen wieder reingrooven in den Schulalltag. Ähm. Schauen, wie ich es mit Vorbereitung alles hinbekomme. Wann ich denn da Zeit fürs Streamen finde. Vor allem, die ersten paar Wochen sind jetzt auch ein bisschen stressiger. Weil... Ähm. zusätzlich nicht nur auf Unterricht ist, sondern das sind jetzt nochmal die ersten Konferenzen. Also, der Konferenzen, Klassenkonferenzen. Ähm. Elternsprech... Ne. Klassen... Nein. Wer ist das? Das sind Elternabende. So rum. Ähm. Und da bin ich auch jetzt nächst die Abende erstmal so ein bisschen auch irgendwie mit ähm beschäftigt. Und da muss ich jetzt mal gucken, wann ich wieder einen Platz zum Streamen finde. Ich will auch gerne wieder streamen. Ich will ja meine Projektidee jetzt doch mal endlich mal umsetzen. mal erwähnt hatte. Mit dieser... ähm. Stadt. Ähm. Die Motch. Daaaah! Motchstadt. Okay, Moment. Gucken wir da hin. So. Okay, kurz wissen, aber ich würde sagen, ich führe ich hier an der Stelle auch. Ich mache noch einen Gang weiter, es gibt es doch nichts. Ist das hier richtig so? Ja. Eins, zwei und dann eins, zwei, drei. Okay. Jetzt gucken. Zwei, fünf und... So haben sie wieder ein bisschen effizienter hier. So und dann hier noch eine Fackel und dann nochmal fünf rein. Okay. So habe ich es nämlich früher immer gemacht. Ich bin immer fünf rein. Also dreimal fünf rein. Wenn es nicht klappt hat, dann bin ich weiter. Jetzt machen wir trotzdem noch kurz die Erde hier oben weg. Naja, okay, ich lasse einfach nur noch mehr Erde. Okay, hätte sein können, dass irgendwie noch Stein ist und dann... Ein, äh... Huch! Das war nicht der Hammer. Offensichtlich. Wenn jetzt nichts kommt, dann werde ich es jetzt erstmal sein lassen damit. Wäre ein bisschen schade, aber... Äh, ich habe jetzt wenig Hoffnung, dass ich jetzt noch auf Diamanten treffen werde. Das wäre tatsächlich jetzt ein richtiger Glücksgriff. Das heißt aber, dass... Trotzdem, hier irgendwo da hinten ein Haufen Diamanten sein müssen. Okay. Wie gesagt, Brot, Chunk, ein Diamantendingens. Was? Na gut, hier ist nichts. Verstehe es nicht. Ich muss noch einen Haufen andere Erze hier noch rumfliegen. Aber ich bin schon wieder voll, deswegen muss ich sagen, Abflug. Gah, die sind mit dem Bereich. Es sind ja mehrere Chunks, die ich da abgegrast habe. Mehrere. In jedem von diesen muss eigentlich ein Diamant sein. Ja, es ist ein Diamanten Erzada. Es ist wirklich ein bisschen. Eigentlich müsste ich da jetzt so Hardcore Mining mäßig noch mit dem Hammer alles umflügen. Aber nein, das spare ich euch jetzt mal. So. Machen wir das Zeug kurz weg mit einem Haufen Gold. Würde man fast... Ups. Ich würde mal fast sagen, ich werde das Gold auch gleich... Oh, Gold und Eisen. Perfekt. Wenn ich beides gleich mal zur Schmelterie... Schmelterie bringen? Was sieht man hier aus? Zufall zum Rechtsklick drücken. So. Ähm. Hä? Habe ich hier gerade was gesehen? Also, wie schaut es eigentlich hiermit aus? Gut, das braucht jetzt noch ein bisschen zum Wachsen, ne? Das ist noch keins bis so wirklich ausgewachsen. Das braucht auch noch ein bisschen, deswegen... Keine Ahnung. Ähm. Ganz kurz nochmal Kontrollbesuch bei... Ähm. Da ist er. So, weil irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist kein Wasser mehr. Ach, ich habe vergessen hier zu drücken. Ich habe vergessen zu drehen. Wie peinlich. Jetzt sollte hier wieder... Hier kommt Wasser rein. Das ist doch irgendwie unglaublich Probleme hier, das Wasser zu machen. Vielleicht... Boah. Wie krass. Das verbraucht schnell das Wasser, dass es rein pumpen kann. Irgendwas wurde geändert. Vielleicht brauche ich andere Pipes. Jetzt sagen, wir kümmern uns das nächste Mal drum. Bessere Pipes für das Wasser-System. Vielleicht nehme ich hier auch einfach die Flü... Warte mal, ich mache das... Das machen wir jetzt noch ganz schnell gemeinsam. Hier... Ne, 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 ne. Das kann ja hier nicht sein, dass hier das nicht ankommt. Duck, die Fluiducte. Na, mal 3000 Stück. 13. Alles dasselbe. Das geht unglaublich. Das ging doch am Anfang auch... Das hat doch vorher auch funktioniert. Warum zieckt das hier zu hart rum? Mal hier kurz dicht. Ich will nämlich wieder 3000 Shards rumfliegen haben. So. Okay, das kann es schon schneller, aber nicht schnell genug, wie es ausschaut, um die komplett zu füllen. Ha. Interesting. Aber es macht auf jeden Fall jetzt seine Arbeit wieder. Halbwegs. Na gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss. Listen.